Hallo, ich bin Antje Boetius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und ich bin Tiefsee-Biologin. Danke, Eckart von Hirschhausen, für die interessanten Fragen. Die größte Herausforderung bei meiner Arbeit ist das Zeitbudget. Es gibt so viel zu wissen, so viel zu entdecken und zu erforschen, dass ich immer das Gefühl habe, die Zeit reicht hinten und vorne nicht. Die wichtigste Informationsquelle für meine Arbeit als Wissenschaftler ist, glaube ich, alles zusammengerechnet doch die Vielfalt der Menschen um mich herum. Die Menschen, denen ich begegne beim Forschen, beim Reden, auf der Straße, überall auf der Welt. Ich benutze zwar alle anderen Informationsquellen auch, Internet, Zeitung, Bücher vor allen Dingen, ich bin eine echte Leseratte, aber am Ende des Tages ist es die Information von den Menschen, der Dialog mit den Menschen um mich herum. Mich macht besonders glücklich die Situation der Entdeckung. Wenn ich meinem Beruf nachgehen kann als Tiefseeforscher, dann bedeutet es, dass ich in Regionen der Erde unterwegs bin, tief im Meer, wo ich Dinge sehe, die sonst kein anderer sieht und wo ich immer besser verstehe, wie eigentlich die Erde funktioniert, was für eine unglaubliche Vielfalt an Leben es gibt und was das Meer für uns alle bedeutet. Was ist vernünftig und was ist unvernünftig? Ich glaube, man könnte sagen, wir Wissenschaftler sind oft unvernünftig, denn die Vernunft diktiert ja meistens, man sollte bei dem bleiben, was man kennt, man hat einen Pfad eingeschlagen, man muss nicht zu viele Experimente wagen, aber genau das ist ja der Kern der Wissenschaft, an die Grenzen des Wissens, den bequemen Pfad verlassen, sich immer wieder neu erfinden, neu ausprobieren, die Neugierde treibt einen voran und wenn man so will, könnte man sagen, da ist vielleicht ein bisschen mehr Unvernunft dabei, die aber im guten Sinne zu etwas führen soll. Mein größtes Talent ist, glaube ich, diese unersättliche Wissbegierigkeit, gepaart mit systemischen Denken und Kommunikationsfreude. Ein Künstler, der mich immer wieder inspiriert, ist David Bowie. Ein Mensch, der so vielfältige Rollen ausgelebt hat, sich immer wieder neu erfunden hat, mit offenen Augen durch die Welt gegangen ist und auch so vielfältig kommunizieren und darstellen konnte, das ist für mich große Kunst und ja, eigentlich eine regelmäßige Quelle der Inspiration.